so ich hab das geschützt dabei muss mich schützen du hast doch ein geschützt ich würde sagen wir gehen erst mal zum nächsten zelt war ein ranger irgendwo irgendjemand sabbat keine ahnung was das hier ist aber hier kann ich eine barrikade hinsetzen ich habe hier hinten irgendwas ich glaube hier geht es weiter ich weiß es nicht ich habe ein geschütz gefunden eine pump gun ein heil kit noch eine gatling gun granaten granaten pistole also ich habe jede menge kram ja hier hinten geht es wir müssen sowieso wieder zurück ich habe auch ich habe das normale geschützt dabei sind schon wieder landminen aber die will ich jetzt nicht mitnehmen ich habe über landminen hingestellt und die nächsten sie kommen weißt du herren da rein hinter uns aber gut blackout ist überhaupt nicht so gruselig was mal ist cool wenn er nicht trifft aber ansonsten ja auch noch so interessant das tier auch nicht echt schwer zu treffen weil sie so schnell rein auch schon wieder so arbeit ist mitgenommen hast Hm? Ich habe ein paar Granaten gefunden! Ich bleib mal beim Napalm! So, ich nehme unser Geschütz wieder mit! Ja! Zack! Zack! Zack, die Buhne, Alter! Okay, ich habe ein Hauptprozess gefunden! Oder sowas in der Art! Es ist zumindest ein... Boah! Ich weiß grad nicht! Oh! Oh! Na! Waffe wickst und schießen! Ja, ich weiß! Es kam nur sehr überraschend, dass der da war! Alter, dieser... Verdammte... Swamp hier, ey! Okay... Ich stelle das Geschütz mal hier hin! Weil wenn wir hier... Ne, dann... Anmachen? Gibt es garantiert wieder... Ja! Ich mach an! Gehen! Ich habe das Geschütz in diese Richtung gestellt! Könnten die bitte in diese Richtung kommen! Mann, 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 Mann! Musst du dir das Geschütz auch noch umdrehen! Wollt ihr mich verarschen? Ihr habt das Geschütz gerade hingestellt! Nee! Wenn du jetzt von der anderen Seite kommst, ne? Äh, hinter dir, Jonas! Ja! Ich sehe einen Whiplash! Ich sehe einen Whiplash! Ich sehe einen Whiplash! Kann schon weiter, wa? Ja, das müssen wir leider die Turbets alle da lassen! Sicher? Ja, wir können auch das Ding nicht hier hoch tragen! Hier oben steht, äh, ein Turbett! Ich kann das mitnehmen! Ähm... Ich kann damit klettern! Ich kann damit klettern! Echt? Ja, ich hab's nicht! Hupsi! Wo sind die denn? Incoming höre ich und... Ja, sondern in den Raum! Ach so! Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Oh, die Kokons! Ich wollte gerade sagen, hier ist irgendwie alles eklig! Ihhh! Okay, das ist hier echt eklig gerade! Okay, wir müssen erstmal Strom irgendwie hier aufmachen! So, hast du schon den Stromkasten gefunden? Ja! Ich dachte mir so ein bisschen was... Versuch uns safe zu machen! Ich hab' einen Stromkasten gefunden! Swarm kommt! Ich hab' einen Stromkasten gefunden! Ich stehe hier mit dem Geschützhalter und kein Interessierter! Ich hab' schon auf die ersten Dinger geschossen! Heimlich mal! Ja! Wir haben jetzt ja Strom! Ich wollte mir das! Keine Ahnung! So, was macht ihr da schönes? Wir schießen ein bisschen! So, der Kokon jetzt auch weg! Okay! Stopp! ich kann von hier aus nicht den kokon treffen oder sind verdammt viele auto torres hier so rum ampel noch mal ein kaputt gemacht das war mal unser torred gewesen so wo bist du lustig das ist einfach eine dritte waffe die du trägst das ist noch nichts großes gekommen das gefällt mir nicht das ist noch nichts großes gekommen das gefällt mir nicht bis auf der empie da ist da nichts großes gekommen ich brauche ich brauche money einmal kurz heilen da ist die munitionskiste keine waffe behalten ja ich wollte sagen müssen vielleicht mal langsam anfangen uns um dieses zeug zu kümmern okay starte den zug da vorne den zug bereit hier ist ein geschütz drauf ich weiß nicht hier ist ein geschütz auf diesen zug ich weiß nicht ob wir jetzt zug fahren und ich wollte gerne erstmal dazu ich komme ja ich habe den zug gestartet ja wir fahren wirklich mit ohne mich fahren ja ich gehe ans geschützt das ist einfach ohne mich für das du bist doch da ja irgendwann mal hinkommen du bist doch da hinter unserem zug ich bin hinter ich gucke nach hinten nach da warum fallen die denn alle runter die idioten bitte sehr freue das bieße tutet ja klar ich finde das furchtbar dass sie dass sie nicht auf den scheiß zug stehen die wieder mal mit 14 zu kommen da kann ich gar nicht oder steuerkoll zu sein und denn da folgt mir vielleicht hören sie denn ich weiß ich nicht keine ahnung warum stehen wir eigentlich schon wieder das war die das war jetzt unsere zugfahrt oder was ich suche den unterstumpf unsere auf das war unsere zugfahrt die weiter das hätte ich laufen können ich meine ich kann immer noch zurücklaufen das ist jetzt nicht so weit gewesen hm ich habe genau ein flamesfrohr gefunden eine ködergranate ein flammenwerfer ansonsten ja eigentlich sind wir ja auch voll ausgerüstet noch ne sandmin noch ein medkit wenn du brauchst nö deswegen wir sind eigentlich alle ich heil mich mal genau voll aus ich glaube unsere kollegen haben keine heilpacks doch ich glaube die haben auch weil die unten kein kein heilungsding haben aber wir haben sie deswegen ich habe hier jede menge granaten und gettling gun und oh gott das gefällt mir schon wieder nicht und überall stehen geschütze drauf hier über ist geschütze munition oh man meine gute granaten können wir brauchen da hinten waren irgendwo hat er gerufen sind napalm granaten hier oben glaube ich auch noch ich habe gesehen gerade na haben wir schon wieder irgendwas ich habe ja auch nicht gemacht äh wibler kommt hier hoch uiuiui sapper auto spannende ist auch noch gettling noch drin so meiner Meinung nach ist es viel zu viel zeug was wir bekommen so wollen wir mal dieses komische funktding da auflösen warte light sim forever light sim ab forever ja ich glaube das ist jetzt irgendwie hilferuf oder so ich habe keine ahnung vor der evakuierung an sowas dauert immer lange ne ja komm soll ich ja komm iiii guck mal wei wei ach das ist süß ach romantisch sind das auto geschütze oder das müssen wir nicht schießen das sind äh wir müssen schießen geschütze Sie kommen. Geil. Musik wird episch. Nein, fertig. Genau runterschubst du Mischi. Was? Dass man eine Waffe runterschubst. Die hat deine Waffe runterschubst. Ich weiß auch nicht, hä. Verwirrst. Da eben war sie runtergepurzelt. Gepurzelt. Oh Gott, nein, nein, nein. Lass mich los. Dann. Dankeschön. Leben gerettet. Ich bin schon wieder der King hier. Wo ist die Ape? Bereits, es ist Spielzeit. Bis jetzt sind es nur kleine Leute, die hier langsam auf uns zukommen. Ist noch nicht Days Gone mäßig. Bei der Ausstattung, vermute ich gleich, es kommt noch mehr. Da rechne ich mit drei Großen oder so. Gott, sag doch sowas nicht, Alter. Ach komm. Oder etwas komplett Neues, weißt du? Ich habe einfach was gehört. Irgendwas muss er diese Eier gelegt haben oder so. Biest von, ich habe keine Ahnung von wo. Ich höre keine Biestmusik. Wo sie denn? Ah, und dann so. Oh ja, jetzt bin ich ein scheiß Video und noch so. Komm ich nicht ran. Das Biest kommt hier hochgekrabbelt. Nein, ich kann jetzt nicht zum Geschütz. Biest ist down. Ich schieße auf den Heli. Scheiße, unser Typ da hinten ist. Steh ab, Heli. Du gehörst nicht zu uns. Ah, wenn du uns retten. Kinder. So, alle sind da, alle leben. Bist du da? Ich bin hier, ja. Ich weiß nicht, wo der Rest ist. Da, kommen sie. Natürlich, ich bin das Schiebe. Wir lassen dich zurück, okay? Ich hoffe, es ist in Ordnung, dass wir dich zurücklassen. Ich bin das Schiebe, bitte oder so. Sitzt du da, echt der Arm in Arm oben in dem? Alter, das sieht aber auch aus hier. Nett. Schön, mal wuchert. Alles voll eakuliert. Der kamst abgeschlossen. Alter, habe ich viele Goldmedaillen. Massaker-Goldmedaillen und Techniker-Goldmedaillen und... Das ist unsterblich. Ohne zu sterben. Super hören. Oh ja, ohne zu sterben. So, ich habe natürlich wieder mehr getötet als du. Ich möchte das nur... Gut, ich war ja auch am Geschütz davor hin und habe da, ne? Das ist auch so. Ich habe drei Enrager getötet, ein Biest. Na, du auch. Das habe ich ja auch. Ich habe vier Thrasher getötet. Vier fucking Thrasher. 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 Das habe ich mir treffersicherheit. Ein Prozent mehr. Wollte ich gerade sagen, der eine Prozent ist gerade da, wo ich... Ja, aber weil auch niemand Kopfschüsse braucht. Klar, sind in den Tod die Viecher. So. Ich muss erstmal zurück zum Hauptmenü. Du musst zum Hauptmenü. Warum? Wir machen nämlich jetzt Feierabend. Alles klar. So, das haben wir jetzt. Ich mache nochmal ganz kurz Spielerstellen. Das haben wir jetzt. Das müssen wir als nächstes hier hin. Enthüllung, Forschung und Entwicklung, die Ablenkung in die Bresche und Ausrottung. So heißen die nächsten Kapitel. Oder Kampagne. Mit Kapitel 1, 2, 3, 4 und 5. Klingt ja gut. Ich hoffe, da kommen noch mehr Kampagnen. Hat auf jeden Fall zwar Spaß gemacht, muss ich schon sagen. Oder, 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 oder irgendwie, weiß ich nicht, selbstgemachte. Ich will eine eigene Karte machen. Boah. Wie bei Left 4 Dead. Bei Left 4 Dead konnte man das doch auch machen. Konnte man? Ich meine, da konntest du doch auch eigene Karten machen. Nee. Oder? Doch, ich meine schon. Also musst du spaßhalbe Freunde durchgezogen, aber jetzt nicht irgendwie auf eigene Karte machen oder irgendwas. Als ob du Freunde hast. Stille. Bei mir hat es gerade traurige Musik. Oh. Hat dich niemand lieb. Du hast doch hier Wurstgehalten. Was? Ich muss ja schon mitmachen, damit du überhaupt mit irgendwer zusammen spielst, ja? Ja, weil mich niemand mag. Ja, siehst du? Also. Manjo. Du mobb mich doch nicht so hart. Mimimi. Mimimimi an, Alter. Mimimi. Mimimi. So. Hat dir viel Spaß gemacht? Nö. Doch. Doch, das ist geil, das Spiel. Das Spiel ist echt cool. Es macht echt Spaß. Ich meine, wir spielen es alles noch auf einfach und wie gesagt, mich würde echt interessieren, wenn wir auf Hardcore spielen, ob da einfach mehr Biest da kommen und was weiß ich alles. Diese Sondermonster. Na, wir könnten ja Spaß haben, was wir so durchspielen und dann Spaß haben und mal ein Kapitel machen auf sowas. Schwer oder so. Ist das verrückt? Ja. Was fragst du mich da? Du weißt die Antwort. Ich weiß auch nicht, warum ich sowas frage, aber gut. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, ne? Dann spielen wir Episode 2 mit 5 Kapiteln noch. Also da sind wir auch noch ein bisschen dabei. Bis jetzt haben wir ja, naja, 3 Stunden, naja, ein bisschen mehr als 3 Stunden gestern. Heute 1,5 Stunden. Ja. So bei 4,5, 5 Stunden. Nochmal sind wir bei 10 Stunden. Ja, das macht Spaß zusammen. Es kommt ja noch mehr raus. Zu viert ist es bestimmt nochmal geiler, glaube ich. Wenn denn die Leute da nicht so doof sind. Ja, das stimmt. Wenn ich meinen Arsch hinterher retten muss. Wobei, die laufen ja nur mehr hinterher. Das ist ja schlimm, das müssen wir uns alle retten. Was hat das denn jetzt heißen? Und ich muss wieder gucken, wie ich die Biester töte. So, ciao. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht. Tschüssi. Tschüss. Tschüssi.